Na alle zusammen, hier ist wieder Heutschela und schon wieder für euch in Battle for S.Rudnavix Und zwar gibt's heute wieder ein kleines Kisten-Opening Ich war wieder hier einen 5-Masken-Boost-Run am Basteln Und hoffe, dass ich jetzt was Anständiges rauskrieg Neben ein paar Marken und diese Illusion, die ich irgendwie bei jedem zweiten Run-Gefühl rausbekomme Neben den ganzen Pets Und was haben wir drin? Handschuhe Mastery-Crit Und... Naaah... Abklingzeit Das ist auf jeden Fall schon mal nix Schade Sodala, ich hab grad wieder einen Bus schon hinter mir Jetzt schauen wir mal, was wir in der Kiste haben Ich hatte wieder jemanden, der mitlaufen wollte Ähm... Genau zwei Bosser, das funktioniert, dann lag er im Dreck Aber ich hab das natürlich alleine abgeschlossen Und wir kriegen jetzt dafür ein richtig gutes Item, hab ich gehört Vielseitigkeit Aber Vielseitigkeit-Tempo? Ah, nee Der ist es ja nur für 65 Für 70 würde ich's noch brauchen Und wenn ich mal ein 2-2-1 drauf hätte Dann könnte ich nämlich halt vielleicht noch ein siebtes Teil anziehen Ja, mal gucken Vielleicht im nächsten Run Sodala, nächster Run ist wieder durch Wir haben wieder hier einen durchgezogen Und diesmal hat der Kollege hier komplett überlebt, ne? Und konnte alle Kisten öffnen, obwohl er die Bosse nicht gekittet hat Also es ist mir letztens schon mal aufgefallen Dass dann Leute manche Kisten öffnen konnten Obwohl sie gar nicht mitgespielt haben Vielleicht kann ich jetzt meine Boosting-Strategie auch ein bisschen umstellen Gut, und jetzt gucken wir mal hier in die große Kiste rein Was da so ein tolles Item drin ist Für 60er Tempo-Item Ja gut, aber zumindest Ähm, hier Ein Item, das Unzerstörbar ist Also heißt, musst du nicht rappen Besser als nix Das war's wieder mit meinem kleinen Ähm, Vision Openings Hat mich gefreut, der Survivor hat Euer Tela, bis zum nächsten Mal Äh, ciao